Wir machen heute ein 200.000-Gems-Megabox-Opening-Battle. Acht! LOL! Einmal. LOL! Der erste Genie! 3, 2, 1, 2, 1, go! Ja! Was? Ich trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle sieben Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video und Freunde. Oh mein Gott, ihr seht es schon. Wir sind ja heute zu viert am Start. Erstmal Grüße an Kevin, Jonas und Park. Was geht? Hallo! Und Freunde, ihr seht es einfach schon. Wir machen heute ein 200.000-Gems-Megabox-Opening-Battle. Es wird wirklich zu krank. Das ganze Video ist tatsächlich auch über 11.000 Euro teuer gewesen, Leute. Wir verdoppeln nochmal den Weltrekord, der bei 100.000 Gems liegt. Und der ist zu krank. Das ist wirklich zu krass, Leute. Also wirklich, lasst unbedingt ein Like da. Ich würde sagen, 200.000 Gems. 200.000 Likes auf dieses Video. Ist eine krasse Ansage. Schickt das Video wirklich allen euren Freunden. Wir werden heute, ja, schauen, wie viele Brawler werden wir ziehen. Wahrscheinlich, vielleicht werden wir alle den Account Max, ich weiß noch nicht. Das wird auf jeden Fall so ziemlich das krasseste Brawl Stars Video, was es bisher gab, Leute. Das heißt, ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen. Ja, ihr seht auch hier die Punkteliste eingeblendet, Freunde. Wie viele Punkte gibt es für was? Wir haben einen Punkt, zwei Punkte für den seltenen bis hin zu zehn Punkten für den legendären. Chromatisch immer, je nach Seltenheit, drei, fünf oder zehn Punkte. Wir haben alle 50.000 Gems auf den Accounts aufgeladen. Insgesamt also 200.000 Gems, Freunde. Und natürlich, ganz, ganz wichtig, Kevin zeigt es schon. Ja, Mann. Und Porg auch. Leute, gebt auf jeden Fall auf ihre Creator Code Lukas ein. Würde mich sehr freuen für den Support, ihr wisst es. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, wenn ihr vielleicht auch solche Videos in Zukunft supporten wollt. Und ich würde sagen, Jungs, das Erste, was wir machen, ist aber auch eins der wichtigsten Sachen. Oha! Der Anita, den Ehrenmann abholen. Und natürlich dann... Aha! Mensch, Porg hat schon draufgedrückt. Egal, würde ich sagen, Freunde, let's go. Ja, Mann, der Ehrenmann. Oh mein Gott! Das ist eigentlich schon das Highlight aus dem Video. Ja, eigentlich können wir jetzt das Video beenden, Freunde. Wir sehen uns. Nee, Spaß. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ja, ich habe mir gedacht, wir fangen auch mit dem Brawl Pass an. Alle 70 Stufen. Denn, ja, die Chance besteht ja auf 10 oder 11 verbleibende heute. Genau. Und dann machen wir ein Wettrennen auf 3, 2, 1. Go! Okay. Digger. Genau, Freunde. Auf jeden Fall auch wichtig, alle gerne mal in der Beschreibung abchecken. Bei allen Mann ein Abo dalassen. Bei Jonas, Clash, Rift und Puki. Wer für Verehre. Katerina. Bin durch! Oh, lol. Ich bin durch, bin durch. Und ich bin auch durch, Stufe 70. Let's go. So, Freunde. Ihr seht auf jeden Fall, ist es natürlich ein komplett leerer Account. Und wir öffnen in diesem Video zweieinhalb tausend Megaboxen. Also, ja, ihr seht es auf jeden Fall eingeblendet. Komplett krank. Wir beginnen aber zuerst mit den vorgegebenen Brawlern, die wir aus den Bigboxen ziehen. Und aus den Brawlboxen, damit wir die Megaboxen uns aufheben. Das heißt, ich würde sagen, wir können jetzt einfach schon mal die vorgegebenen ziehen. Das ist ja eh immer das gleiche. Einmal anfangen. Also, Big und Brawlers. Ja, ja. Nur Big und Brawboxen. Und da dann halt zwei Seiten. Ein super seltener Freund, ihr wisst es natürlich. Und dann beginnen wir halt gemeinsam mit dem Megaboxen. Und Jamf? Und Jamf? Und Jamf? Und Jamf? Doch, Jamf? 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 Also,BoBJJF53, wenn es irgendwer von uns heute Prize geschafft, Absdager? Das wäre Abgriss, Alter. Nein, doch, gerade. Ja, wir müssen uns auch immer genau überlegen, wann wir Upgrade. Aber direkt am Anfang oder nicht? Ja, ja. Deswegen ziehen wir ja auch die vollgebenden aus dem Big Boxen und so, ne? Hast du und machen? okay genau genau dings gold abholen noch lukas ja stimmt das auch machen wir jetzt und karlik loschlüssel ist bei mir der erste als sicher boxen gezogen dann warten noch kurz auf kevin und jonas und jonas sieht auch der freund und jetzt sind wir uns noch mal cold ab würde ich sagen hier bei stufe 1 let's go einfach mal drauf drücken leute genau und jetzt holen wir die ganzen punkte auf uns weiter und sehen uns gleich so freuen wir fangen an mit der ersten box 321 direkte weg der zwei bei mir ich habe wieder vier ich hab zwei sohle ich bin schon bei der dreißiger megabox jetzt habe ich sechs ich habe auch zwei okay dann kämpfe noch nicht zuerst let's go gadget kevin okay und 221 go kevin riko zwei gadgets in der ersten megabox gab perfekt oh mann okay wieder sechs und lande wieder die zwei blinkt lol ja kein plan ich mach mal an jonas let's go ja ich mach auch nochmal oh ich hab zwei brawler okay ich mach ja 321 go oh ok und go karl naja salut hier auf jeden fall aber jonas acht von land gibt ja auch zehn punkte jonas hat auch 6 321 go ja bisher auf jeden fall die super selten auf entspannt hier freuen aber schauen mal schauen dann schauen wir mal wie es bei pork sieben lol okay kevin da musst du anfangen go to rollen und go not bad not bad ich bin durch mit dem roll schon fast wieder 6 und 1 ok jonas let's go lol mr peter sehr nice kann man mal machen also putin können ihr könnt dann kurz abwarten einfach ich hab auch noch mal die grazis megabox so ja schon hat megabox haben wir auch noch kriegen wir 2500 vier megabox sogar der kunde heute gemacht hast damit wir noch diese vier genau lauer die box rennen freunde mhm wieder fünf ok 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 wenn es keine neuen werden doch eh möglich mit drei sagt niemals nie jonas dann die gratis megabox öffnen würde ich sagen einfach ok 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 7 0 die graz megabox könnt ja 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 und einmal gadget und gadget hat sich gelohnt freunde sie hat doch nicht gehört aber zum glück haben wir alle noch 47.000 ja genau also gehört euch einfach und wenn es bringen könnte ja irgendwie kurz mal abwarten die reduzierte was ich habe jetzt genommen ja warum nicht jonas ihre so überall wo wir sparen können sparen wir auch auf jeden fall a6 und 321 go ok jetzt zurück ja so relativ viel auf einmal ok und 321 go ja mann ich zieh davon ok ich bin noch mal gespannt wer von uns als erstes den also den ersten legen der zieht und wer zuerst alle hat und 321 go ok der gaben gefühlt nichts gezogenes ja auch 7 außer 8 weil ich drücke die boxen so schnell durch aber ich weiß 64 stunden ok 6 von einem direkt wieder ok 6 habe ich auch gefühlt habe ich ihm schon alle gezogen aber kein plan auch muss ein bisschen schneller durchdrücken vielleicht 6 und let's go ok genau also bei 42.000 jams einfach upgrade würde ich sagen jungs so jetzt biete ich hier du es passt auf ja so will ich das sehen ja das wäre unlucky würde ich mal sagen das habe ich einmal die animation auch gar nicht nur ja ja 321 und go ok ok penny edgalu kann man machen so 7 let's go einmal und vor allem, digga das auch so eine geisteskranke box mythisch und legendär und jonas er hat ihn jetzt schneller gezogen werden ja das ist eine gute frage und vielleicht sieht man es im karton sehr heftig sehr sehr krank freunde ja stimmt bei jonas läuft schon mal glaube ich ganz gut müsste vorne sein sehr sehr krank dann geht es direkt weiter also wenn ich ein opening gewinnen bildern heute ja dann hast du das größte opening der welt geworden falls wäre ich noch weiß ja du kriegst nichts war so ein schokoriegel von mir dann was korrekt normalerweise kein schokoriegel und let's go frank ich auch mal ich habe schade auch nicht vier mal frank haben oder ich habe aussehen geöffnet da muss ich sagen 321 go ich habe schon drei büte ich weiß nicht was macht ich habe mich gut ich habe auch schon machen so gehabt ne legendären deswegen wahrscheinlich deswegen wirst du langsam oder was langsam beim öffnen ja ich hab schon das bei gezogen ich habe wie schnell ich öffne also keine ahnung so wie viele james das geht schneller jonas ja das ding ist ich habe schon früher komme ich war auch als letzter beim brawl pass weil ich habe am meisten gezogen habe jetzt ist mir ja darauf achten aus wie viel besser das meine ich habe ja und deswegen okay let's go zwei mal einmal leon btf sehr sehr kräftig ist aber es geil das kreis war bei der leon btf Danke, danke. Du bist sehr, sehr krank. So, jetzt hole ich noch die 10 verbleibenden und dann gibt's 1000 Punkte. Let's go. Ah, 7! Ich glaube, es gibt wirklich 1000 Punkte. Ah, nice. Kevin kannst du eh schon mal gönnen. Okay, Gadget. Komm mit dem Porky. 3, 2, 1, los. Gadget. Okay. Ich hab irgendwie das Gefühl, bei mir kommen so gleich zwei Legendäre aus einer Box. Ja. Ja, das war krass. Dann du kannst das Video einfach zwei Legendäre aus einer Box. Ne, zwei Punkt Punkt Punkt. Ja, zwei Punkt Punkt Punkt. Ganz bestimmt nicht. Zwei? Ja, mach doch, ja. Save. LOL! Ah, jetzt keine Toilette. Toilette, Toilette. Save. Die hab ich jetzt 800 noch alle. Ja, ich hab gut was gezogen. 7 verbleibende bei der Web. 42.800. Start mal rein. Einmal ein Gadget. Und... LOL! Oh, LOL! Nice. Kann man mal machen. Oh, ich hab wieder 6. Oh, na, nie! Na, nie! Okay. Boah, ich werd langsam müde. Ich glaube, ich leg mich zwischendrin hin. Das waren erstmal 8.000 Gems, ey. Ich mach auf, oder? Ja. Der Rentner! Wow! Und nochmal Sprouts. Sehr, sehr krank. Ich mach's mit Pookie. Ich leg mich die letzten 10.000 Gems hin. Ich hab zwei. Ich mach mal. Okay. Oh, du! Noelle! 2 Brolle! Okay. Gönnt euch. Jetzt noch ein Legenderer und... Au. Ich dachte erst Crow bei Pookie. Ja. Ich habe Gale. Ich habe Gale. Schlecht, ey. Cool, jetzt ist immer dieser Fake Crow. Ach, jetzt ne, gerade eben. Oh! Na, nee! Okay. Let's go. Weiter geht's, Freunde. Jetzt wieder die 10 verbleiben. Wir vielleicht ziehen. Kann ich die öffnen? Ja, ich mach einfach. Ja, ja, natürlich. Hä? LOL! Oh, Tarakula! Du bist ja führst. Nice. Okay. Ja, ich würd sagen, äh, an sich kann man warten, muss man aber nicht so... Hm. Uh! Uh! Oh, lol! Einfach mal Rust gezogen. Der Hulk. Der Hulk. Star Power. B. Mhm. Ich habe B. Ich hab irgendwie noch gar nichts gezogen seit dem Upgraden. Star Power. Und? Oh! Kommen die gadgets ins Video rein? Hm, ne. Ich habe Gale. Wahrscheinlich nicht. Ich hatte den 5-genütigen. LOL! LOL! Ich habe Bibi. Hä? Sehr, sehr krass. Ich habe Byron. LOL! Okay, jetzt geht's aber hier ordentlich ab, oder? Ja, sehr, sehr krank. LOL! Ich hab Colonel Russ normal, let's go. Nice. Hä? Ich hab's auch mir gezogen. Ich glaub, Jonas führt auf jeden Fall mit Abstand. Ja, ja. Sehr, sehr krass. Kevin hast du eigentlich schon legendär angezogen? Nee. Hä? Ich hab noch einen! LOL! Naja, ich dachte grad noch einen legendären. Nein. Nein. Sechs und sieben müthischen hab ich, ne? Und legendären und acht gezogen. Hä? Das ist gar nicht so schlecht, wenn du jetzt schon mal alle müthischen wegziehst. Hä? Ich hab sechs und sieben müthischen. Ja, stimmt für die. Oh, Pipa! Wenn ich jetzt kein müthischer hätte. Oh, ich hab reden. Oh, Edgar! Oh, Edgar! Ich zieh gar nix! Was ist denn los hier? Ey, ich zieh auch gerade gar nichts. Oh, ich hab sieben! Ah, nice! Und los! Let's go! Let's go! Bei zweiter müthischer! Krass! Jonas! Holst du viel Sinnestelle! Was machst du? Ich hab ja gar nicht markenvoller Applaus zu sehen. Oh, mein Gott! Bevor am Ende euch die 10.000 markenvoller Applaus zu gekauft. Nee, Junge. Ha, ha! Team Moody! Ah, key, gönn dir. Was? Was? Wir könnten jetzt nicht so viele... Oh, ich hatte sieben! Oh, lol! Gönn dir! Sieben! Mann, ich zieh mal nur Gadget! Und Starpower! Ja, ich auch! Und... Starpower! Oh, mein Gott, Junge! Ah! Oh! Ich spiele hier so durch! Okay, let's go! Fünf müthische habe ich auch schon! Sechs! Ah, neu! Keine Sorge! Oh, sechs! Oh, Colette! Fake Crow! Aha! Piepa! Nice! Jonas gönnt's nochmal! Oh, Piepa! Sechs! Mordes! Wir haben noch so viele Legendäre, die wir noch ziehen können, fällt mir gerade so ein. Wir haben erst viele Gems! Gezogen der Legendären, ne? Wir haben erst 23! Oh, krass! Oh, krass! Ja, das ist echt krass, ne? Stell dir vor, am Ende fehlen uns noch so legendäre... Nein! Das wäre echt so... Und es kann sein! Es kann auch nicht so gut! Es kann eh sein, theoretisch! Ich raste aus, wenn ich nicht alle ziehe! Wenn jemals die letzten 5k Jams oder so, hab's noch ganz knapp geschafft! Ja, ja! Nochmal sechs! Byron! Let's go! Nice! Ja, so krank! Ich glaub, die ganzen mythischen haben so ein bisschen die Chance gedroppt! Ah! Zum Beispiel Max! Sechs! Ich hab fünf mythische, ne sechs mythische und fünf episch, hab trotzdem 0,4 gehabt! Ich glaub, wir fehlen noch drei mythische und die chromatischen, da fehlen dazu noch welche! Ah, wobei, jetzt fehlt nur noch Bell! So! Mal schauen! Sieben! Ne, sechs! Hä? Lol! Ich dachte, ich hab so schnell geskippt, dass ich doch sieben hatte! Lol! 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 Junge, er sagt einfach Lol! Ja, ich dachte so, dass es jetzt niemals legendärer darf, den ich zugeweisen kann! Ah, nee! Das ist nicht Spike, aber das ist nur Loops! Naja, das ist der Ex-Spike, Alter, ganz schlimm! Krass, du krieg jetzt weiter legendärer schon bei... bei... Sehr, sehr krass! GG! Junge, ich kann hier komplett den ersten, der zweite Längerlehrer und die ersten acht! Das ist komplett! Ja, das stimmt, das stimmt! Digga, ich zieh nur fünf! Wirklich! Ja, ich habe unterbrochen, gerade seit 20 Boxen oder so! Der Super-Skill von Leon! Der Super-Skill von Leon ist eine Rauchbombe, die ihn unsichtbar macht! Neul! Ich hatte eben nur drei epische und hab aber schon sechs mythische! Komplett-Weird! Du musst jetzt meine Chance für legendären! Und, Lukas, da muss... sorry, ich kann da gar nicht weitermachen, daraus mit dem Brauses-Video! 0,01 Prozent! Mit die niedrigste Chance! Nice, wenn wir nochmal Surge, Freunde! In meinem Opening war es krass! Ich hatte... bei so 6.000 Gems hatte ich den ersten legendären! Wo gab's? LOL! Gönn's dir! Sehr, sehr krass! Oh, Jonas rasiert hier richtig! LOL! Oh, Ali, 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 Ali! Kevin ist einfach so in der Mega-Wachse, dieses Fenster so! Oh, Mann! Ich habe sieben! Oh, lol! Also, ich ziehe nichts mehr! Ich ziehe gar nichts mehr! Seit 50 Boxen, halt, no joke! Ich habe schon gespielt, alle Brawler gezogen! Sehr, sehr krass! Ja, okay! Also, ich bin gleich bei 30.000, wegen Upgrades! Ich auch! Oh, ich hatte sechs! Ja, endlich! Ich auch! Oh, lol! Tarrara! Tarrara! Oh! Okay, okay! Kann man sich geben! Ich habe auch Tarrara und damit alle mythischen gezogen! Ich habe auch alle und Tarrara! Oh, lol! Oh, die! 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 Kevin zieht einfach keinen Legendären in der ganzen Folge! Genau, dann zieht er an! Perfekt! Ah, kann man sich geben! Immerhin der Erste, der auch Amber gezogen hat hier! Ja, Mann! So, jetzt können wir wieder gut Gadgets ziehen! Oh, der Rentner! Der lässt sich auch mal blicken! Oh, der Peter! Nice! Hallo, Peter! Ja! Oh, sieben! Let's go! Ja! Und! Und! Oh! Frank! Ich habe gerade die ganze Zeit nur 4 verbleibendes! Okay, das ist jetzt der letzte Ebstimme gewesen, oder? Ja! Kevin, Alter! Ich ziehe nichts mehr! Ich ziehe nur noch 0! Ich habe immer so 5 oder 6 verbleibende einfach! Ja, ich auch! Ja, guck! Ich ziehe immer nur eine 1! Die blinken sonst nichts! Oh! Die 2 blinkt! Oh! Ah! Oh mein Gott! Let's go! Der zweite schon bei Kevin! Danke! Hat Kevin vor mir dann noch den zweiten gezogen? Ja! Vor mir! Max! Okay, fein! Er liegt mit weitem fern! Ja, ich bin fertig mit dem Mützen! Jetzt geht auch nur noch Bell und Legendär! Sehr gut! Kann ich auch! Muss man mal schauen! Oh, 6 verbleibende? Nee! Mann, ey! Oh, Peter! Oh! Gönn dir! Oha! Oh! Tara! Roll! Jetzt geht's auch los! Oh! Oh! Loll! Ah, nee! Jetzt eskaliert sie so langsam! Okay! Star Power! Ja! Mann! Es wird Zeit für den zweiten! Lukas, wir müssen jetzt mal ein bisschen nachziehen! Ist so! Oh! Jetzt hab ich 4 verbleibende! Die ganze Zeit nur 5 verbleibende! So weiß ich nicht! Kann jetzt! Oh! Ja! Ja! Warte! Vielleicht hab ich auch einen drin! Gönn! Ich warte mal! Ich warte mal! Ich warte mal in dem Screen! Lukas! Ja! Ja! Oh! Ich zieh nichts mehr! Ich zieh nichts mehr! Ich zieh nichts mehr! Ich hab... Ja! Also ich hab eingezogen schon... Oh! Wieder 7! Oh! Die 3 hat geblinkt! Die 3 hat geblinkt! Bei 7! Da ist jetzt ein legendärer drin! Lukas, komm! Ja! Ja! Let's go! Alter! Krass! Wollen wir warten, bis Lukas und Jonas auch noch Schindy ziehen? Hm! Das wird lange dauern noch! Das hat gebraucht! Ja! Wir können kurz noch warten! Ja! Warten wir mal kurz! Vielleicht kommt da ja noch ein legendärer! LOL! Let's go! LOL! Bleib mal bei Bäll! Ja! 10 Punkte gibt's auch für Bälle! Ist wie ein legendärer! Stimmt! Krass! Das ist genau das gleiche gewesen, was ich würde als Amber ziehen! Häftig! LOL! Eigentlich so ausgerastet wie bei Legendären! Und Fick! Oh mein Gott! Kevin, Alter! Wie viele Münzen! Also ich versteh echt nicht, was Kevin da gemacht hat, dass er einfach keine Powerpunkte ziehen kann! Ja, ist so! Digger! Oh mein Gott! Schon lustig! So, und jetzt einfach ne blinke, ne 5 oder was? Ja! Let's go! LOL! 3 mal Sandy! Loil! Und Ivar Bell! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, moin! Digger! Ja, wobei, viel glaube ich, oder? Viertes Mal Sandy? Was? Viertes Mal Sandy is too much, oder? Das ist so unwahrscheinlich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, soll ich? In 3... 2... 1... Go! Nein! Oh mein Gott! 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 Ich bin richtig weit vorne jetzt! Und Jonas hat auch schon Bell gezogen! Ja, stimmt! Wow! Niemand hat sonst Bell, ne? LOL! Stimmt! Oh mein Gott! Ich bin richtig weit vorne jetzt! Ey, Jonas fehlt nur noch ein Legendärer, oder was? Ja? Ja! Oh mein Gott! Es fehlt sowieso nur noch ein Brawler, glaube ich! Ja? Krass! Ja! Oh mein Gott! Ich bin nur noch Sandy einfach! Oh Junge! Haha! Digger! Wir hätten einfach noch Sandy noch so 3 Jahre warten lassen! Oh lol! Ja, stimmt! Hey, du hast eine bessere Chance als ich! LOL! Let's go! Einfach mal Bell nochmal, Freunde! Kann man mal machen! Nice! Kann man mal machen! Bell! Du startest hier! Ja! LOL! Nice! Oh, krank! Ja klar! Lukas fehlt noch Bell, ne? Jaaaa! Let's go! Let's go! Let's go! Der dritte! Sehr, sehr heftig! Bro heft an 4 und vergifteten Dolchen! Hast du irgendwie das Gefühl, dass ich... Jaaaa! Was? 4 von 5 auch! Oha! Geil, Alter! Oh, ich hatte eine 2, die blinkt! Oh lol! Ich hab auch eine 2, die blinkt! Komm, jetzt noch ein Legendärer! Bitte, 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 bitte! Nein! Ah, schade! Egal, ich zieh gleich 2 Legendäre aus einer blinkt! Oha! Oha! Wer hat jetzt eine Legendäre hat und los geht's! Leider fehlen wir noch 2 und Bell! Mir fehlen noch 3, Alter! Was willst du? Oh, mir fehlt nur noch Spike! Nur noch Sandy! Oh, Jonas! Oh! Jaaaa! Boom! Was? Er ist durch, was? Pfff! Pfff! Also, ich weiß, der letzte... Genau, als letztes... Den ersten... Jaaaa! Als erstes alle... WTF! Jaaaa! Lol! Hat aber auch gedauert! Ich hab einfach 35.000 Gems gebraucht für Bell! Das heißt, jetzt fehlen nur noch Legendären! Hm, weiß noch! Es ist! Oh! Nein! Der Pookie könnte bei Real Talk jetzt so mehrere in einer Box haben, so von der Chance her! Jaaa! Safe! Jaaa! 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 Wie viele Gems hast du noch, Lukas? Äh, noch... 13.000! Oh, ja! Du könntest es auch noch schaffen, wenn du jetzt noch... Ich kann 2! Ich kann 2! Oh! Oh, okay! Jetzt! Jetzt! Ah! Dann! Jaaaaa! thunderstorm! Oh, ja! Oh, mein Gott! Ich hab's! Ich hab's Leute! Rekords! Rekords! Wie viele hast du? Wie viele? 12.000 ... Nein! Och, man! Um 700 Gems, ey! Es gibt 9 Boxen, Kevin! Oh, Mann! Ach, du... Ah, du... Der ...as ist asozial. Einfach alles ausgeben? Ja, ja. Einfach alles ausgeben. Oh, mein Gott! 1,4%! Okay, die 1 klingt... Let's go, ich hole auf Jungs, ich hole auf, nur noch zwei Legende. Ich habe die letzten acht Gems noch gebraucht, oder die letzten sechs Gems durch, in meinem Opening. Aber nur einmal acht ist eigentlich ziemlich weak für so ein Opening, ist eigentlich so extrem. Oh, ich hab Shelly gekauft, ups. Endlich. Ja, ich will auch noch was zu speden. Yeah! No! Okay, komm. Let's go. Wie viel hast du gebraucht, wie viel hast du gebraucht, schau gleich. Ja, schon viel. Junge, ich bin der Letzte, dem noch eine Legendäre fehlen und dann nicht nur eine, sondern einfach zwei, Alter. Aber du kannst Lukas noch unterbieten und jetzt deckt zwei Beast. Ah, und warte. Oh, ich hab sogar nochmal zwei. LOL! Endlich! Ah, geht doch, Alter. Okay, let's go. Es geht weiter, nächsten Gems. Jetzt sind wir schon bei 24000 Gems insgesamt. Okay, wenn jetzt die Eins blinkt, dann ist da Amber drin. Wenn da eine Star Power drin ist, dann rast dich aus. Ah! Oh, Digga! Oh, Junge! Was gibt es das nicht? Sag das einfach nicht. Sag einfach nichts. Äffne einfach. Okay, ich will einen Star Power jetzt ziehen. Ja! Let's go! Oh, my God, Digga! Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Glückwunsch auf jeden Fall dazu, Buki. Danke. Die Shorts auf 0,38. Also das ist halt... Alter. Geisteskrank. Ja, Freunde. Auf jeden Fall könnt ihr nochmal eure Brawler zeigen. Wir haben auf jeden Fall alle Brawler gezogen, die möglich sind. Buki hat ein bisschen länger gebraucht. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Checkt nochmal alle ab. Lasst unbedingt ein Like da. Schreibt mir Kommentare. Wie fandet ihr das Video? Ich würde sagen, wir sehen uns, Freunde. Und damit. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.